Ja, wie gehen wir dieses Spiel an? Genauso wie wir alle anderen Spiele bei dieser EM angegangen sind. Wir wollen unser Spiel machen, wir wollen mutig sein, wir wollen aggressiv sein, wir wollen alles nochmal reinwerfen, als Team komplett wieder auftreten, wie es uns bisher gelungen ist. Und trotzdem haben wir morgen neben den sportlichen Herausforderungen sicherlich eben auch diese Herausforderung, EM-Finale im Wembley-Stadion gegen das Host-Team vor einem fantastischen Publikum. Und ich glaube, dass wir noch nicht ganz genau einschätzen können, wie schnell können wir das denn beiseite schieben. Und von daher freuen wir uns einfach, dass wir hier sein dürfen, dass wir dieses Privileg haben, von dem wir geträumt haben, ein Finale gegen England hier im Wembley-Stadion zu spielen. Ich weiß nicht, ob es viele größere Sportmomente für unsere Spielerinnen geben wird oder schon gegeben hat. Es gehört sicherlich zu den größten Momenten und neben dem, was wir uns sportlich vorgenommen haben, haben wir uns auch wirklich vorgenommen, im Moment hier zu bleiben und alles mitzunehmen, was wir aktuell erleben dürfen. Wahrscheinlich gehört Wembley zu Beginn den Engländern und es wäre schön, wenn es am Ende uns gehören würde. Ich glaube, dass ein sehr, sehr guter Mix auch zwischen Entspannung und Anspannung herrscht. Und natürlich, je näher es zum Spiel geht, umso mehr kommt natürlich auch der Fokus und die normale Anspannung, die vor jedem Spiel auch da ist, wird natürlich intensiver. Aber ich bemerke jetzt innerhalb der Mannschaft keine besondere Nervosität oder größere Anspannung als vor allen anderen Spielen auch, sondern einfach diese Freude, morgen hier zu stehen, sich für diese harte Arbeit zu belohnen, für, man sagt ja immer so schön, Blut, Schweiß und Tränen, für Rückschläge. Und von daher ist die Vorfreude definitiv viel, viel größer als alles andere.